Mein Lieben Dudes da draußen und herzlich willkommen zu Alter, feurige Minecraft Bad Wars Duel Auf dem Bergwerk Lab Server Bei der Open Beta Und ja, ich sollte mal langsam mein Team auswählen Hoppla Gut, jetzt bin ich auch drin Und dann werden wir auch gleich geportet Falls ihr das Prinzip noch nicht von Bad Wars Duel kennt Es ist halt so ähnlich wie Bad Wars Nur, dass es halt ein bisschen abgewandelt ist Und ja Hä, bis Binger Okay, dann bau dich mal Und dass man halt hier auch Smaragde hat Ist der Fall, wenn man jemanden tötet Oder halt eine gewisse Zeit überlebt Bekommt man dieses Smaragde Und davon kann man sich dann später bei den Villagern Bestimmte Items halt kaufen Und hinter unseren Inseln Hinter der Insel hier Gibt es dann noch einen Teleporter Der dann benutzt werden kann Was aber dann auch Um ihn zu benutzen Auch ein Smaragd kostet Und ja Dazu muss man erst mal jemanden getötet haben So, hab ich mal noch Ja So Ja So Das ist doppelt Also Weiß, wer eine Hose braucht, glaube ich Ruft mich an Hm Ein bisschen mehr Gut Jetzt kann ich mir ein paar mehr Blöke Kaufen So Gut Können wir erst mal ein bisschen Aufräumen So Oder Oh Gott Da oben sind die ersten Oh Gott Ich hab Angst Dammit Kommt da Kommt da Ich hab meinen Magic Stick Komm Lol Lol Was Meine Alter Hä Was Meine Ma Hä Ich mach Ich bewege meine Maus grad gar nicht, Leute Hä Als ob Hä Warum Ah Hä Hello Tschüss Ich lauf einfach durch Und Tschüssi So Und da haben wir gleich Zwei Sparakte Ehrenhafter Kill Cool Ah Schade Aber ich hab wenigstens noch einen getötet Ich Ich leute Ich versteh's nicht Ich hatte schon wieder diesen Bark Wo ist eigentlich das Eisen Hä Achso An den Seiten Ja gut Dann kaufen wir uns noch mal schnell Rüstung Ähm Ein Stick Eine Spitzsacke Essen Blöcke Genüht 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 Also Hier sagt er Drei Gold Ich bin natürlich Nicer Dicer Wie man hier auf dem Server sagt Und dann werde ich mich mal zum Teleporter rüber bauen Und ja Versuchen wir mal unser Glück Dann bekommen die Gegner auch immer eine Nachricht Wenn jemand den Teleporter benutzt Das heißt Das heißt Oh Ich komm Ich komm Go 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 Gut ich hab den Teleporter benutzt So Jetzt komm ich von hinten Ich glaub die haben uns noch gar nicht gesehen mit dem Teleporter Fuck Fuck Oh lord Nicht so ein Spacko Ja nice Hex 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 Spaß Als ob Egal Das ist halt gar nicht gut Hab ich gar nicht mitbekommen Dass es unser Bett war Oh gut Ja Leute Gut dann Würde ich einfach mal sagen Gehen wir in die nächste Runde Falls wir eine finden In Bettwars Duell Ähm Link werde ich dann Wenn ich's nicht vergesse In die Beschreibung hauen Dann könnt ihr auch mal da Vorbeischauen Kühn Können wir hier Ne die sind voll Kühn 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 So Und ähm Trete dem die Grün bei Ja Grün Grün For the wind Spass So Und dann geht's auch schon In die nächste Runde Und die Sache Was ich eigentlich ankündigen wollte Hab mich aber dann Zu doll in dieses Spiel vertieft War das Ähm Ich Erstens Ein neues Aufnahmeprogramm habe Und zweitens Dass mein Ähm Laptop halt kaputt war Und ich eine neue Festplatte brauchte Und jetzt muss ich mir alles wieder neu machen Und so Ihr wischt was ich meine Ja Deswegen wird diese Folge auch ohne Intro kommen Ich weiß es klingt schlimm aber Juckt mich in dem Falle nicht Und es fängt auch in paar Sekunden an Und Nice So Ich hoffe auch mit der Tonqualität ist alles okay So Einigermaßen So jetzt die Frage Okay So Bauen wir uns gleich mal straight ahead in die Mitte Und hoffen dass unsere Teammates mal irgendwas machen Wir haben einen Hacker Ja nice Hacks Okay Hä 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 Hacks Hallo Hallo Okay Leute Das ist Report Gibt es sowas Help Oh nice Ich habe keine Permitions Hä Aber der muss doch Hacks haben Flyhack Oh Leute Der hat Flyhack Dann Sag ich mal schon mal Enjoy Ban Hier Eindeutig Der hat Hacks Ja Ist klar Leute Ja nee Ist klar Das ist ein Hacker Also das werde ich dann nochmal Bergy schreiben Weil ich habe keinen Bock auf so eine Scheiße Macht euch nur Bock wenn einfach so ein Hacker rüberfliegt Beta baut und das war's Ja gut Leute Sag ich mal Enjoy Ban Ich hoffe es hat euch gefallen Wenn ja Lasst einfach eine kleine Bewertung da Wenn ihr solche Videos nicht mehr verpassen wollt Lasst ein Abo da Leute Schreibt sie mal in die Kommentare Wie ihr diese Hackerrunde fandet Wenn ihr sie scheiß fandet Spamt es voll unter Bergies im neuen Video Ähm Ja Und Ist Bergy irgendwo hier? Ne Gut Leute Dann hoffe ich es hat euch gefallen Ich wünsche euch noch einen schönen Abend Und Ciao